...fantastisch, von so viel Leben umgeben zu sein. Hm. Hm. Geht so. Wenn mir... Ach, was ist denn so hingefunden? Wo mein ich stehe, bliebe? Wollte ich da, da? Und dann rüber? Weil das war hier die Stadt, da hat uns irgendwas gefehlt. Ich weiß es. Hä, was? So, verzieht ich doch. Irgendwer noch Fragen? Niemand? Gut, dankeschön. Du musst ja die Eisenbahn bringen, wir nehmen die jetzt. Okay, was mach ich da? Schmettert ihr Schmettert. Äh, ja, kann man so sagen. Okay. Ich gehst ja einfach durch. Ich bin nicht campig. Ah, kacktum. So. Weiter geht's. Ah, lästig. Äh. Ja, okay. Dann kommen da wieder was abgrätschen, ne? So ein Schlüssel. Ah, man. Ich will doch einfach nur aufs Laufband. Ich bin doch noch so viel vor. Also, er hat meine Bekontrolle am Stück bei Biomutantes. Oh, das stellt runter. Schau, frag. Sieh dir diesen Plastikkram an. Er wartet nur auf dich. Jo. Wartet vieles für mich. Ah, dahinter fällen wir auch noch hin. 200 Schritte noch. Ich würde aber gerne das Ding da haben. Ähm. Hälfte dumm. Ich muss mich auch mal machen. Fädel, Seen und Tino Matau. Wünscht sich, jemand wäre stark genug, um dem Jumbo-Knoll die Stirn zu bieten. Oh, man hat noch platt. Ja, ja. Er ist nochmal hier, ne? Danke. Ich habe Psycho-Punkte. Verstehst du manchmal, wenn es klappt oder manchmal nicht? Äh, ich habe doch flogged? Oh, ja. Ah, der springt hoch, will er uns fressen, aber es ist tot. Ha. Kristallisiert, eliminiert. Wir können eigentlich mal über das Wasser steigen schlagen. Schweben. Sieh dir diesen Tag an. Ja. Ah, ja. Ich will hier einfach hin. Ich will mich so kommen, ich will jetzt nicht so vor. Minus gerade. Scheiße. Oh. 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 Stirb! Au! Ach du bist schiss. Ja doch, die waren Freunde. So, ballert mal rum. Boah, hat er kurz zu müssen, der Kleine, hä? Uh! Da kommen wir vom Schlag von unten her, Brudi. Jetzt mal Platte. Und das? Na ja. Ich dachte, es könnte etwas relevantes sein. So, müssen wir schon kurz da hoch? Ja, Herrgott, was ist denn heute los? Au! Jetzt reicht's aber. Ja genau. Wahrscheinlich voll ich grad los. Nein, ich will die falsche Kumbo wegmachen. Äh, ich war auch grad lästig. Wieder Rüstigs nach. Egal. Machen wir vom anderen mehr genügend. Ey, siebeneinhalb Minuten nur am Klopfen grad gewesen. Wohin du auch gehst, dir stehen harte Zeiten bevor. Bullshit! Endlich mal jemand das versteht, dass man hinterm Wasserfall eine Höhle platziert. Wir bauen's. Sonst war's das hier. Ja gut, nicht groß, aber immerhin ne Höhle. Ich bin, ich bin... Meine, meine Gebete und Gründe wurden gehört. Das macht sonst keiner. Was du meinst, dass hier in unserem Wasserfall immer ne Höhle mit lud ist? Macht das niemand. Hast du Gefühl, dass es wieder ein Klopfen gibt? Du hast eine Bruchbude gefunden. Ja, so wie immer. Wohin sie wohl zu Bruch ging. Sag mal. Jetzt, der Lä. Setz einfach einen Fuß vor den anderen. Ganz einfach. Du rennst wie der Wind. Nice. Agalität erhöht. Alle Aura-Totems. Ja, machen wir noch. Erstmal gucken wir uns an. Ne, wir hatten einen Plan das letzte Mal. Das weiß ich noch. Jetzt mal gucken, wenn ich die Map mir anschaue, ob ich mich da noch dran erinnere. Weil ich glaube, das könnte das größte Problem werden. Ich meine, wenn ihr dann gesagt habt, Spiralstrudler gelöst, Kopfkästen... Ja, dann machen wir das doch jetzt einfach so. Wir kämpfen uns hier so durch. Ne? Und dann machen wir das. Hört sich nach dem Plan an. Ich glaube, wir kommen ja irgendwo überall eh nochmal irgendwo ein. Aber hier ist nichts mehr, schade. Die Runde wieder zurück. Wir gehen aber einen anderen Weg, wenn wir kommen sind. Sofern möglich. Drei Tage ist nicht, sieht man, wie schlimm es um die Welt steht. Ja, das stimmt. Ihr seid peaceful. Hi Brudis. Dann laufen wir da links durch das Tor durch, was ganz komisch aussieht. Wie mein ich. Bumbunker 11 E. Der richtige Schutz vor einem Sturm. Voll auf die 12. Ja Brudi! Ach, das war's schon. Puh! Der war gerade ein bisschen gefährlich mit seinem MG-Geballer hier. Okay, da kann man nichts machen. Blut natürlich. Wie soll es denn auch anders sein? Hier ist aber nichts. Was? Na ja, müssen wir uns gucken, was hier noch ist. Wundern wir hier noch ein paar Gegner irgendwo auf Kreuze. Was? Zehnmal überragende... Oh, ich weiß schon wieder. Überragende Freude. Okay. Ja, und ich in Stress. Soll nicht doch selbstverklopfen. Soll uns recht sein. Okay. Komm gleich. Oh, ich weiß nicht. Yo! Was war's! Okay. Oh. Die müssen真的 mit dem leise ustedes verließen. Oh! Oh! Machen wir den weg. Jungs, 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 ich mach dem C-Bar schwer. Und da kam ich, ich geh mal kurz mal dahin, weil da geht noch so ein langer Tunnel lang, da will ich eigentlich nicht lang, da geht's runter, okay, ne gebunderschöne. Im Dunkeln bist du schwieriger zu sehen. Ja, im Dunkeln ist ja gut, Munginbrudi. Uh, so eine Eishöhle, ja, neue Schuhfisch gut. Wir hatten... Boah, was hat er denn gemacht? Was, KI? Oder... Intellekt oder Agilität? Äh, ich bin gleich wieder da, Sekunde. Wir hatten Agilität gemacht, dann... Falsch bin ich jetzt so wichtig, machen wir nochmal Glück. Gar nicht übel! Weil Crit-Treffer und so, ne? Nicht u-wichtig. Äh, Talente allgemeine. Den Fernkampf war für uns sofort nach klar, in der nächsten Bank ist jetzt 20% mit der Schuss, das ist cool. Auf einer anderen Folge, über was für Angriffe wir hin, den über... Äh, machen wir eigentlich nicht. Angriffsstaben für den Fernkampf war von 15% erhöht. Es gibt zwei Psyfreak. Äh... Äh... Machen wir schon mal D2. Äh, achso, jetzt haben wir schon Nacht aktiv. Mh... Gibt's bei allgemein jetzt noch was, was man kaufen könnte? Nein, okay. Wung Fu. Brauchen wir auch nix. Mutationen. Ja, Widerstände, dass du in der Schock merkst. Eine... Psy-Psy-Kräfte. Boah. Wimpernschlag. Drück die Taste um die Fähigkeit. Äh... Bebierst dich in die Richtung, in die du läufst und dann sagst du eine Schockwelle, wo du erscheinst. Schau mal, wie das mit dem... mit dem... mit dem... Feuer, was wir grad schon haben, ne? Telekinese geht halt nur, weil wir böse sind. Nicht genug... KI-Funke finde ich jetzt halt nicht so, oder shit, ne? Äh... Schade. Gut. 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 Aller tot? Ach, Nummer zwei. Ach, das war der Mump. Ja, gut. Ja. Oh, Waffel. Der Motorplug? Ah ja. Das solltest du behalten. Boah, wie nice. Der liegt? Ich hab gedacht, ob es sonst noch was gibt. Ja. Da ist ne Kiste. Ich bin auch gespannt, wo es eigentlich hingeht, wenn wir runter gehen. Da kommen wir da in eine geheime Basis oder so rein. Who knows, who knows. So, das ist das letzte. Ne, das vorletzte. Dann könnte es vielleicht mal eins tiefer gehen und mal irgendwas geben. Gut. Mump. Ja, wisst ihr, da haben die anderen zwei jetzt irgendwie, was weiß ich, mehr Zug selbst, weil der komplizierter. Aber der war jetzt irgendwie gerade nur so. Hello. Hallo. Ach, es geht hoch. Na gut, geht's halt hoch. Ah ja. Hier unten verirrt man sich leicht. Wer hat trotzdem noch eins? Kann ich irgendwas vergessen? Kann ja vorkommen. Ach ja, hier. Und der grüne Automat fehlt uns. Weil der eigentlich recht unfällig sein muss. Ach so, der grüne Automat. Ja, das war doch das grüne Blattzeug da. Ja, das könnte wirklich außerhalb sein. Okay. So, Pop. Muss auch. Glung geduldig. Ja, da ist er. Äh, oder nicht? Ich verstehe es nicht. Muss der da drin sein? Hat auch jetzt... Äh, lol. Müssen wir mal reinlaufen, wenn ich die Meldung rede. Tipp aus. Kann man entspannter machen, kleiner. Feinde sind hier schwer zu erkennen. Äh, ja gut, die meldet sich einfach. Hör schon ein. Hallo. Die Hüttenbude. Ob noch etwas drin ist? Hör schon. Danke hier. oh ich hab glaub ich nicht mal Komm schon, Herr Brüdi! Sag mal, block doch! Da muss man nicht sein, der blockt nämlich. So, erledigt wieder. Alte Weltgerät. Du musst die Räder aufeinander abstimmen. Das ist außer Kontrolle geschleudert. Du musst die Räder aufeinander abstimmen. Hm. Jetzt. Bisschen zu oft verdrückt. Du hast den Dreh raus. Ey, ich würde heute Kleidernässer machen oder bin ich blöd? Waldstrudler. Achso, nur passiv. Okay. Hört sonst nix vor. Gehen wir mal diesen Schrott an. Kann man so laut sagen. Boah, ich dachte, shit! Ich war gerade noch, äh, irgendwo theoretisch, äh, bei unserem, äh, Robot hier. Ja. Ich würde schon wieder was. Niederschmettern! Toramin-German-D晚 Book 2. Eindeerschmettern. Sowas wurde früher Handel betrieben. Die beiden Spanner müssen gleich eingestellt sein. Das klingt klangtastisch. Du hast Ahnung vom Zupfen. Ah ja. Schon mal keine überragende Beute. Die ist hier. So, Gebiet wieder fertig. Dankeschön. Hey. Heißt du, ich rufe oder heb dich fest? So, geht's wieder hier auch noch. Aber wenn nichts Sinnvolles drin ist, haben wir ganz zu Schroder. Das ist wichtig. Ist da eine Höhle? Das sind ja nur Fragen. Ach doch, das ist die Höhle. Tut es jemand anders. So, mit. Junge, warum sei ich? Ah, da ist er geparkt. Hallo. Hallo. Weiter geht's. Ich will nur vorwärtskommen. Ich will die Main Story ein bisschen machen. Wir laufen ja schnell. Ich speichere mal kurz. Das hört sich noch was großem an. Das hört sich noch was großem an. Hasht sich noch arg kontrolliert. Huh. Kennt ihr das, wenn ich so arg abdreiden lasse? Was ist das für ein Gebäude? Du bist auf den Ausguck gestoßen. Dort oben irgendwo solltest du Nova finden, in der Nähe der Wolken. Hm, wenn man schon mal hier sehen, ist der Nova? Nee, der Wolken. Ich hab's gewöhnt, man soll da hochklettern. Und ich glaub, das wird uns aber nicht so einfach gemacht. Hier unten dringt kein Sonnenstrahl hin. Hä, wieso ist das doch, ey? Manchmal wird einfach duper Shit erzählt. Ach, der eigentliche Eingang. Ja, okay. Gefunden. Dann kann man es ja letztendlich mal so durchlaufen, wie ich es eigentlich gehört. Er hat irgendwie so eigene Wege wieder finden. was ist denn das? Ah ja. Ah ja. Doch gut. Praktisch. Mit einem Schnellreißepunkt. Oh ja. Oh, ein Anzug. Mal sehen. So, dann, dann musst du schon mit dabei sein. Dank, danke, mit dir, haben wir nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal mit Nova. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020